Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kräuterjoghurt-Dressing. Mildes, aber würziges Dressing auf der Basis einer einfachen Vinaigrette. Passt sehr gut zu Kopfsalat, aber auch zu leicht bitteren Salaten. Für vier Portionen Salat werden folgende Zutaten benötigt. Zwei bis drei Esslöffel frische oder getrocknete Kräuter, Petersilie, Schnittlauch, Minze etc. Ein Teelöffel milder Senf. Ein Teelöffel Zucker. Ein Teelöffel Kräuter, Salz. Ein Esslöffel Mayonnaise. Spritzer Sojasauce oder Maggi-Würze. Vier Esslöffel Joghurt, Nature. Zwei Esslöffel Olivenöl, Typ Extra Vergine. Zwei Esslöffel Weißweinessig. Eventuell eins fein geschnittene Zwiebel. Folgende Utensilien werden benötigt. Salatschüssel. Salatbesteck. Zubereitung. Alle Zutaten bis und mit Joghurt in die Salatschüssel geben und sehr gut miteinander verrühren. Keine Angst, der Zucker macht in dieser Menge das Dressing nicht süß, wirkt aber wie ein natürlicher Geschmacksverstärker. Dies erhöht das Aroma der Kräuter. Den Essig beigeben und gut unterrühren. Am Schluss das Öl beifügen und unterrühren. Nach Belieben eine fein geschnittene Zwiebel darunter rühren. Die Salatsauce muss dann aber sofort verbraucht werden. Als Beilagen eignen sich Kopfsalat, Tomaten, Nüssli-Salat, Feldsalat, Endivien-Salat, Zuckerhutsalat. Diese Varianten gibt es. Mit Balsamico-Essig wird das Dressing noch milder. Scharfen Senf, zum Beispiel Typ Dillon, verwenden. Zum Salat passende, saisonale Kräuter verwenden, zum Beispiel Basilikum zu Tomaten, Minze zu Kopfsalat. Eine größere Menge herstellen und in eine saubere Flasche abfüllen. Kann im Kühlschrank einige Tage aufbewahrt werden. In diesem Fall keine Zwiebeln beifügen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zum Salat Säuble Zwiebeln beifügt! Zwiebeln beifügt! Zwiebeln beifügt! Zwiebeln beifügt! Untertitelung des ZDF, 2020